Ich werde mein Gesicht jetzt auf der einen Hälfte mit einem Kinder-Make-Up-Koffer schminken und auf der anderen Hälfte mit normalem Make-Up. Schaut euch mal dieses wilde Teil hier an und da ist, es steht Bluschen oben, aber angeblich ist es Puder. Okay, also verwende ich das quasi als Foundation. Schimmert das? Ich liebe es zu glänzen, glänzen ist mein Ding. Und auf der normalen Seite verwende ich jetzt einfach Puder Foundation. Als Concealer verwende ich jetzt das hier. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn hat. Kann man normalen Concealer auf Puder Foundation auftragen? Ich weiß es nicht, ich tue es jetzt einfach. Zum Konturieren verwende ich diese Farbe. Uh, orange, aber hübsch, oder? Und auf der richtigen Seite verwende ich jetzt die Palette von Too Faced. Als Blush verwende ich diese Farbe. Schaut auch süß aus. Zeit ist um, wir sehen uns im zweiten Teil.